Hallo meine Damen und Herren, heute wollte ich euch nur mal meine Lieblingsspiele auf der Xbox zeigen und euch gleich viel Spaß dabei haben. Das erste Spiel ist GTA 5. Ja, mein absolutes Lieblingsspiel auf der Xbox. Mein zweites Lieblingsspiel kommt jetzt. Ja, mein zweites Lieblingsspiel ist hier Call of Duty. Ich sage, ich habe genau 3 Lieblingsspiele. Es ist zum ersten Advanced Warfare, Black Ops 3 und Call of Duty Ghost. Ich liebe diese Spiele einfach, weil es einfach viel Kampagnen zu spielen ist einfach viel geil und ja. Ja, und mein drittes Lieblingsspiel, das kommt jetzt, ist für manche vielleicht nicht ganz verständlich, aber ja, mein drittes Lieblingsspiel ist Minecraft. Vielleicht hätten das nicht alle gedacht, aber Minecraft ist einfach mein drittes Lieblingsspiel, einfach geil. Das war's auch schon für mein Video heute, für meine drei Lieblingsspiele auf der Xbox. Ja, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo da. Ciao!